Hier, Lee Everton und Nami schaue Joke TV. Wieso sind Franchos so schlechte DJs? Wieso? Weil sie den Unterschied zwischen 33 und 45 noch nicht begriffen haben. Ja, das ist eigentlich wie Leute, die von Geschichte etwas verstehen, jetzt einen, der auch versteht. Wieso leuten wir mit einem DJ nicht gerne an? Wieso? Weil er immer auflebt.